Fitness mit Marc Folge 341 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Komm schon, frag ihn, wer sein Intro für ihn einspricht. Marc Maslow! Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Boah Marc, in den letzten 3, 6 oder 9 Monaten habe ich es ganz schön schleifen lassen, bin ein bisschen aus der Form gekommen und jetzt darf es wieder losgehen. Diese Aussage höre ich in letzter Zeit häufiger und in der heutigen Folge machen wir es mal ein bisschen anders. Ich hoffe, dass du bekommst 10 Wege an die Hand, wie du garantiert keine Fitness-Fortschritte machst und das sind 10 Wege, die du auf jeden Fall kennen solltest. Bis gleich! Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die 3 Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com Ja, wenn du abnehmen willst, wenn du Muskeln aufbauen willst, wenn du dich einfach wohlfühlen möchtest und fit sein möchtest, dann bist du hier bei Fitness mit Marc natürlich genau richtig. Und heute machen wir es mal anders als sonst, wenn Jenny oder Sebastian oder ich einen Klienten im Fitnesscoaching betreuen und ins Erstgespräch reingehen, dann reichen uns normalerweise die ersten paar Sätze, um zu erkennen, was das Thema ist. Wenn du schon länger zuhörst oder auch das Buch gelesen hast, Looking Good Naked, dann weißt du, dass es um die 4 Elemente der Marktformel geht und da steht der Mindset ganz vorne, die Motivation oder eben auch das mentale Training, wie ich es nenne. Und das ist das Fundament für deinen Erfolg. Das heißt, deine Gedanken sind es, die deine Realität erschaffen. Und manchmal hilft es, eine neue Perspektive einzunehmen und darum geht es heute. Hier sind sie, die ultimativen 10 Tipps, wie du deine Fitness garantiert ruinierst und deine Ziele nicht erreichst. Nummer 1. Vergleiche dich mit anderen Menschen. Am besten suchst du dir Leute in deinem Umfeld, die sich hinsichtlich ihrer Größe, ihrer Statur, ihres Gewichts, ihrer genetischen Veranlagung oder ihrer Gesichtsform möglichst stark von dir unterscheiden. Und dabei ist es egal, ob deren Körper völlig anders als deiner funktioniert, ob sie sich anders ernähren oder ob sie anders trainieren oder vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei sind. Am besten sprichst du sie direkt drauf an und sagst, hey du, wow, ich wollte dir einfach mal gratulieren, dass du in der genetischen Lotterie gewonnen hast. Das heißt, ich wiederum kriege das Ganze nicht hin. Ich könnte das nie so wie du trainieren und sowas erreichen, was du kannst, denn ich bin ein Opfer der äußeren Umstände. Und als nächstes suchst du dir dann Menschen, die richtig unglücklich sind, die richtig ungesund sind, unzufrieden mit sich selbst und die auch gleichzeitig natürlich überhaupt gar keine Regung zeigen, etwas gegen ihre Situation zu tun. Und dann kannst du nämlich hergehen und dir selbst auf die Schulter klopfen und dir sagen, ach, es geht auch noch so viel schlimmer, ich könnte es so viel schlimmer haben und eigentlich brauche ich gar nichts zu ändern an meiner Situation. Und dann machst du einfach weiter wie bisher. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Such dir im Training richtig ätzende Übungen raus. Wir wissen es ja alle, dein Training zählt nur dann, wenn du so richtig leidest, wenn es überhaupt gar keinen Spaß macht und du deswegen anfängst, dich selbst und dein Leben zu hassen. Also gehst du her und recherchierst mal ein bisschen. Such dir die ätzendsten Übungen für dein Workout aus, also die Dinge, die dir überhaupt keinen Spaß bringen. Meine Empfehlung, falls du ein paar Ideen brauchst, drei oder mehr Stunden Kardiotraining auf dem Laufband in einem schwitzigen, vollen Fitnessstudio, das steht zumindest bei mir ziemlich weit oben auf der Liste, funktioniert wirklich wunderbar. Und das Ganze machst du dann jeden Tag und am besten kombinierst du das Ganze auch nochmal mit so einer richtig krassen Diät, sodass du völlig ausgelaugt und schlecht drauf bist. Ja, oder noch besser, du suchst dir eine total ungesunde Crash-Diät aus und sagst dir dabei, Mensch, ich habe das eh nicht anders verdient. Und dann hast du die Lizenz, dich zu wundern, warum du nicht abnimmst. Punkt Nummer drei. Folge blind jedem neuen Trend. Ist also No-Carb oder Keto-Ernährung oder du verzichtest mal komplett auf Fett. Gern genommen sind auch die cholesterinreichen Lebensmittel, die also einfach weglassen oder alles, wo in irgendeiner Weise Milchprodukte drin sind. Die Idee dahinter ist, dass du ganze Lebensmittelgruppen, die du liebst, die du gerne isst, ab sofort aus deinem Leben eliminierst. Und im nächsten Schritt solltest du so eine Art Blindheit entwickeln für langweilige Ernährungsweisen, die bestimmte Bevölkerungsgruppen über Jahre, über Jahrhunderte, Jahrtausende schon durchführen. Zum Beispiel solche Konzepte wie die Paleo-Ernährung, die mediterrane Ernährungsform, das Flexi-Prinzip. Da gibt es ganz viele verschiedene, also generell solche Ernährungsformen, die auf möglichst natürlichen Lebensmitteln basieren, die wenig verarbeitet sind. Ja, was machst du stattdessen? Hier ist ein wichtiger Tipp. Achte auf die Werbung. Du solltest möglichst viel Lebensmittelwerbung konsumieren und natürlich dann auch die dort beworbenen Produkte kaufen und konsumieren. Extra Tipp, die Zutatenliste am besten ignorieren. Das überlastet die Augen. Alles, was neu rauskommt, was industriell verarbeitet ist, das muss auch gut sein. Also go for it. Oh, und hier ist noch eine Sache zum Schluss. Am besten kaufst du dir gesunde Mikrowellenmahlzeiten, die nach Käsefüßen schmecken. Die sind wirklich am besten. Punkt Nummer vier. Wechsle deinen Trainingsplan so oft wie möglich. Es ist keine gute Idee, diesen Empfehlungen der erfahrenen Fitnesscoaches da draußen zu trauen und dich für mindestens acht bis zwölf Wochen an einen Trainingsplan zu halten. Schon gar nicht dann, wenn er funktioniert. Die Idee ist also folgende. Wenn du nach spätestens zwei Wochen keine dramatischen Fortschritte an deinem Körper beobachten kannst, solltest du definitiv in Panik verfallen. Dann ist der perfekte Zeitpunkt, um dein Training komplett über den Haufen zu werfen. Du suchst dir einfach den nächstbesten Trainingsplan. Am besten einen, der aggressiv beworben wird und noch bessere Ergebnisse verspricht, als das, was du bisher ausprobiert hast. Am besten zwitschst du das Ganze sogar mehrmals pro Woche. Denn was dann passiert ist, dass du deinen Körper verwirrst und der reagiert dann mit explosivem Muskelaufbau, die durch rapide Fettverdampfung zusätzlich befeuert wird. Je schneller du also in blinden Aktionismus verfällst, desto schneller kannst du den nächsten Plan aus der Tasche ziehen. Punkt Nummer 5. Konzentriere dich lieber auf Symptombekämpfung, anstelle den Ursachen auf den Grund zu gehen. Mal im Ernst. Warum solltest du wertvolle Zeit und Energie damit verschwenden, herauszufinden, warum du gerade an der Stelle bist, an der du momentan bist? Erstens geht das ja gar nicht und zweitens macht es auch noch unnötigen Aufwand. Ziemlich uncool. Wenn du abnehmen willst, dann brauchst du ganz genau Fat Burner. Am besten die, die dir das Blaue vom Himmel versprechen. Du musst gar nichts an deinem Leben verändern. Du musst einfach nur eine Pille nehmen. Fertig. Und dazu, falls du zu denen gehörst, die einen zu hohen Blutdruck manifestiert haben, dann werden Ernährung, Schlaf, Stressabbau und Sport ohnehin überbewertet. Es gibt sehr gute verschreibungspflichtige Blutdrucksenker da draußen und die solltest du stattdessen nehmen. Und dann im nächsten Schritt einen Weg finden, wie du diese Tabletten geschickt mit deinen Schlaftabletten, deinen Koffeinpillen und anderen Sachen, die du so einwirfst, kombinieren kannst. Ja, und wer etwas zu viel Fett auf den Rippen oder den Hüften oder den Beinen hat, dem empfehle ich die Magenverkleinerungs-OP und das Fett einfach absaugen zu lassen. Denn das hat den Vorteil, dass du dir keine Gedanken über gute Gewohnheiten machen musst und du brauchst auch nicht zu lernen, wie du dich gesund ernährst. Warum auch? Du kannst ja stattdessen einfach ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Das Geld schafft Arbeitsplätze, es kurbelt die Konjunktur an und davon profitieren alle. Also auch du. Gut für die langfristige Gesundheit ist es vielleicht nicht ganz so, aber hey, man lebt ja schließlich nur einmal. Das bringt mich zum sechsten Punkt. Geh den Weg des geringsten Widerstandes. Niemand hat Lust, etwas dafür zu tun, um fit zu werden. Das könnte Monate dauern oder gar Jahre und währt schon so viel Zeit. Also kauf dir lieber das brandheiße Nahrungsergänzungsmittel, das deine Lieblings-Influencer empfehlen. Und am besten dazu noch einen batteriegetriebenen Six-Pack-Gürtel, den kann man online bestellen. Und damit sparst du dann auch das Geld für sinnvolle Fitnessgeräte fürs Homegym. Je größer die Versprechungen der Produkte da draußen sind, die der Hersteller macht, desto eher wirst du Erfolg haben. Punkt Nummer sieben. Jammere. Beschwer dich so richtig. Versuch's einfach mal hiermit. Boah, ich hab so schlechte Gene. Ich bin schlecht veranlagt. Ich hab auch gar keine Zeit, um mich darum zu kümmern, wie soll ich das denn eigentlich hinbekommen. Und falls das nicht klappen sollte, gibt's ja immer noch andere Varianten sowas wie ich kann einfach nicht abnehmen, ich krieg das nicht hin, ich war noch nie sportlich oder tut mir leid, ich bin einfach nicht so ein Glückspilz wie du. Wichtig ist, dass du dich bei jeder und jedem, die dir zuhören und selbstverständlich auch bei allen, die dir nicht zuhören, beschwerst. Und es ist auch wichtig, dass du viel jammerst und auch natürlich, dass du klar machst, dass du dich selbst bemitleidest. Dabei solltest du nie vergessen, die Grenzen deiner Komfortzone zu respektieren. Es ist wichtig, dass du diese Grenzen weder überschreitest noch in irgendeiner Weise größer machst. Umgekehrt, meine Empfehlung ist, dass du deine Komfortzone sogar verkleinerst. Das passiert nämlich, wenn du nichts tust. Und je weniger Quadratmeter du bewirtschaften musst, desto einfacher ist das Ganze. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass du die Menschen in deinem Umfeld auf dein Energieniveau runterbringst. Und das hilft dir dann aufzutanken. Punkt Nummer 8. Ändere alles auf einmal. Du hast also einen Entschluss gefasst. Jetzt änderst du was. Und zwar richtig. Und da hilft der Grundsatz, entweder du machst es ganz oder du machst es gar nicht. Also stehst du ab sofort morgens zwei Stunden früh auf, stellst deine Ernährung komplett um von jetzt auf gleich. Und falls du bisher gar keinen Sport gemacht hast, dann solltest du mindestens 90 Minuten am Tag trainieren. Gerne auch mehr. Sorge also dafür, dass du dich für die nächsten zwei Wochen so richtig stresst. Und wenn du deinen Plan mal nicht zu 100% hinbekommst, dann ist der Zeitpunkt gekommen, aufzugeben. Dann lässt du es einfach. Und du kannst auch noch Bonuspunkte sammeln, wenn du dich nämlich dann, wenn du die 100% mal nicht schaffst, nach allen Regeln der Kunst so richtig selbstfertig machst. Und zwar dafür, dass du es einfach nicht auf die Reihe bekommst, das umzusetzen, was du dir vornimmst. Obwohl du 10.000 Dinge auf einmal ändern wolltest. Also, das schafft ja sonst wirklich jeder. Und das bringt mich zum neunten Punkt. Bleib richtig schön vage. Bleib schön im Nebel. Setz dir möglichst nebulöse Ziele. Zum Beispiel sowas wie, boah, jetzt muss ich ja mal anfangen. Ich sollte mal was für meine Fitness tun. Das ist ein ganz guter Anfang. Oder ich sollte mehr trainieren. Ich sollte mal ein bisschen abnehmen. Das ist auch noch besser. Ein bisschen konkreter, aber noch nicht allzu konkret. Denn der Grundsatz ist ja, wenn das Ziel nicht klar ist, dann ist jeder Schuss ein Treffer. Und ganz ehrlich, wer will denn schon riskieren, sein Ziel nicht sofort zu erreichen? Wer will denn sogenannte Misserfolge riskieren? Also, bleib am besten möglichst vage. Und genau das erreichst du auch, indem du deine Fortschritte gar nicht erst misst. Also, keine Wiederholungen bei dem Krafttraining messen. Keinen Körperbau messen. Deine Ernährung nicht zu tracken. All diese Dinge solltest du auf keinen Fall tun. Und du solltest auch nicht auf die Idee kommen, dir konkrete Trainingszeiten in deinen Alltag einzuplanen. Oder dir ein klares Ziel zu setzen, so nach dem Motto, heute in drei Monaten habe ich etwas Messbares erreicht. Zum Beispiel 6% weniger Körperfett. Und dabei fühle ich mich großartig. Nein, sowas bitte nicht machen. Die Ziele sind dann viel zu spezifisch. Und stell dir vor, du würdest sie am Ende auch noch erreichen. Das geht ja wirklich nicht, oder? Am besten beschäftigst du dich deswegen gar nicht erst mit dem Thema Feedbacksysteme. Und das nur als Warnung. Feedbacksysteme haben wir zum Beispiel in der Folge 159 besprochen. Die solltest du also auf keinen Fall hören, um hier kein Risiko einzugehen. Und das bringt mich zum zehnten und letzten Punkt. Gib einfach auf. Wenn es anders läuft, als du es gerne hättest, komm bloß nicht auf die Idee herauszufinden, woran das lag. Komm nicht auf die Idee, danach zu justieren und dran zu bleiben. Denn dranbleiben ist was für Leute, die es wirklich drauf haben. Also lass es lieber. Gib einfach auf. Wenn du diese Woche auf die Waage steigst und ein paar Kilo schwerer bist, als beim letzten Mal und eigentlich abnehmen wolltest, und dann sagst du dir, jetzt ist es eh egal. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das Bier aufzumachen und vielleicht nur ein zweites Bier, während du auf den Pizzaboten wartest. Schmeiß einfach die Flinte ins Korn. Gib auf. Aufgeben ist doch einfach so viel leichter, als zu lernen, mit Rückschritten umzugehen. Es ist leichter, als was zu verändern. Und es ist leichter, als dir große Ziele zu setzen, große Träume zu entwerfen, die richtig cool sind. Und es ist auch leichter, als die Sache durchzuziehen und dran zu bleiben. Aufhören zu jammern, weitermachen? Nee. Gib lieber auf. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Jetzt mal richtig. Bist du bereit, loszulegen? Jetzt was zu verändern? Dazu könntest du dir, und hier sind nur ein paar Ideen, wo du angreifen kannst. Ein guter Beginn ist, dass du dir ein Ziel setzt, das du erreichen möchtest, das du in drei Monaten erreichen willst. Und das dann runterzubrechen. Setz dir kleine Zwischenziele. Für den heutigen Tag, für die nächste Woche. Und es ist eine gute Idee, dass du Erfolge dann auch feierst. Das Ganze funktioniert am besten dann, wenn du auf Gewohnheiten setzt. Eine Gewohnheit zur Zeit ändern. Was wäre das, wo du vielleicht heute anfangen kannst? Nimm nur eine Kleinigkeit. Beim Training empfehle ich immer, such dir einen Sport, auf den du Bock hast. Bleib dann wirklich ein paar Wochen dran. Vielleicht ein, zwei Monate sogar. Denn erst dann stellst du fest, ob du eine Leidenschaft oder auch Spaß daran entwickeln kannst. Die Regelmäßigkeit zählt hier. Also schau mal, was du realistisch umgesetzt bekommst. Das können zwei Trainingseinheiten die Woche sein. Das können auch drei sein. Meine Empfehlung ist nicht, am Anfang gleich täglich was zu machen. Das ist auch sowieso keine gute Idee, weil du dich dann überlasten würdest, wenn du bisher vielleicht ausgesetzt hast eine Zeit. Schau mal, wie du dich etwas gesünder ernähren kannst. Zum Beispiel für viele Menschen, die gerade durchstarten, hilft es sehr, auf flüssige Kalorien zu verzichten. Beim Training. Krafttraining ist dein effektivstes Tool. Richtiges Krafttraining natürlich, wenn du schnell sichtbare Erfolge erzielen möchtest. Schlaf ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt, wo du angreifen könntest. Also etwas mehr, etwas besser zu schlafen. Übrigens zu all diesen Themen haben wir auch Podcasts hier bei Fitness mit Marc und Artikel drüben im Blog. Beides findest du übrigens in den Shownotes zur heutigen Folge unten am Ende. Ja und letztendlich hilft es, wenn du dir Gedanken machst, was für ein Mensch du sein möchtest. Sei ein Dranbleiber. Der Punkt ist ja der, es ist leicht auf der Stelle zu treten, nichts zu tun, es ist leicht nicht dran zu bleiben. Und es kann genauso leicht sein, jeden Tag ein kleines Stück besser zu werden. Eine klitzekleinigkeit zu ändern. Ja und was du dann merkst, ist, dass das auch eine ganz schöne Ecke mehr Spaß bringt. Und dann sagst du dir, ich fühle mich richtig gut. Jetzt bist du an der Reihe. Okay, würdest du noch was ergänzen zu diesen 10 Punkten, die wirklich dabei helfen, unfit zu werden oder keine Fortschritte zu machen? Also die sozusagen unsere Not-to-do-Liste? Dann schau einfach mal in die Shownotes auf marathonfitness.de-podcast, dann die heutige Folge 341. Schreib einen Kommentar. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche mit möglichst vielen Erfolgserlebnissen. Bis nächste Woche. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Telefon oder auf deinem Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.